Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die RAND Array Funktion in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Videos zu Google Sheets, Google Slides und natürlich auch Google Docs. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! In meinen Videos siehst du ja häufig, dass ich einen Zufallsbereich verwende, während ich zum Beispiel mal eine kurze Beispieltabelle brauche oder so, damit ich ein paar zufällige Zahlen habe. Das mache ich dann immer mit der Zufallsbereich Funktion, aber es gibt auch eine RAND Array Funktion, mit der ihr sozusagen einfach einen Zellbereich mit Zufallszahlen auffüllen könnt. Und wenn ihr das Ganze benutzen wollt, tippt ihr einfach in eure Zelle ist gleich RAND Array und standardmäßig gebt die Funktion, wenn ihr einfach gar keine Eingabewerte dort eingebt, einfach eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 aus. Wenn ihr aber dann angebt, wie viele Zeilen und wie viele Spalten ihr zufällig auffüllen wollt, was ich hier in meinen Zellen C3 und C4 vorbereitet habe, dann kann ich hier sagen, dass ich zum Beispiel die RAND Array Funktion, also einen Zellbereich, mit von einer Zeile und einer Spalte, was dann im Grunde genommen nur eine Zelle ist, eben mit Zufallszahlen füllen möchte. Das wäre jetzt in dem Fall hier die 0,96 und so weiter. Und was ihr aber dann eben noch machen könnt, ist, ihr könnt dann natürlich sagen, wie viele Zeilen möchte ich haben, wie viele Spalten möchte ich haben. Dann könnte ich hier natürlich sagen, ich möchte 10 Zeilen haben und 5 Spalten beispielsweise. Und schon werden mir einfach zufällig Zahlen hier generiert für meine Tabelle. Und das ist natürlich ziemlich vorteilhaft, wenn ihr einfach mal, so wie ich in manchen Videos, einfach Zahlen benötigt und eine Tabelle auffüllen wollt. Oder wenn ihr auch mit irgendwelchen Zufallszahlen arbeiten möchtet, ist das Ganze relativ hilfreich. Und das war es dann auch schon mit der RAND Array Funktion. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass es hier gar nicht möglich ist, zu sagen, ich möchte bitte Zahlen zwischen 0 und 1 haben, weil ich kann ja die Zahlen, die da rauskommen, leider nicht nochmal mit 10 oder 100 multiplizieren und runden, dass es dann eben Zahlen werden, die auch zum Beispiel zwischen 1 und 100 liegen würden. Das funktioniert dann nur mit der Zufallsbereich Funktion oder mit der Zufallszahl Funktion. Aber ansonsten war es das mit dem Tutorial. Und hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Wow, wir don't have a blast. Neum.